happy birthday herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen ich bin heute wieder mich arena und ich würde sagen wir starten sofort mit einer ffa runde also mit wettbewerb und die erste runde geht los und ich spiele mein tango gibt es ja jetzt auch die quest hier mit der tango mit den tangos zu spielen eine schrott finte die sau nein das gibt es doch nicht okay naja mach ich mich gut ja garlich ja garlich ich mache so wenig schon mit meiner waffe aber bald habe ich es ja fertig ich muss nur noch was war das 20 millionen schaden machen und wieso weiter aufladen 50 prozent ok ich hoffe ich gewinne wenigstens also ich bin ich hoffe dass ich unter den ich habe ihn in den kill geklaut jetzt zeigen dank noch zu jeder geworden sowie damit wir sagen wir spring gleich gleich erst schon die punkte an die punkte verteilung treffeste fertig gut 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 bin ich mit einem verstanden 169 nur das sind alles kis glaube ich ja ok dann möchte ich mal sagen bis gleich die zweite runde geht los wir probieren jetzt wieder mit tango oder ja wir probieren mit tango wieder diese saudi die hat mich sowas von weggeflecht jetzt ganz schnell punkte holen bevor der tango wieder kommt und mich da ok es geht und da kommt doch wieder einer angelaufen jetzt kommt die schmerzen die 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 Lust, da hat jemand Lust, Lust auf mehr, ha, Lust hat mich, weggelust, tut, und dann kann ich nicht zu ihm. Oh, oh, oh. Hm. Oh, oh, oh. Nein. Werkt schon wieder? Wo schiebt der denn hin? Ja, Lust. Es ist lustig. Kommen wir mal den hier, wenn der frei ist. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Heute bleibt es bei 5 Kills wahrscheinlich. Oh, ich bin normal, äh, 2. Nummer 1 wollte ich gerade sagen, Nummer 2. Die Lust hat natürlich gewonnen. Wer hat denn keine Lust? Yeah, er hat Lust auf irgendetwas. Er hatte wahrscheinlich keine Lust zum Sterben. So, wie sieht es aus? Ah. Ein bisschen besser wie vorher. Vorher war ja nur 169, jetzt habe ich 187. Er hat 848. 440. Schi, schi, schi. Und Rest darunter wieder alles KI. Gut, dann würde ich mir sagen, in der nächsten Runde, werde ich gewinnen. Bestimmt. Ich hoffe, auf Platz 1. Viel Spaß. Die nächste Runde wieder. Das sieht aber sehr KI-mäßig gerade aus. Oh, ne, ey, die Sau da hat mich geärgert. Hab ich dich. Haha. Schnell erstmal verstecken. Bevor einer kommt. Offline. Dack, 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 dack. Kommt einer. Nein. Ach, shit. Nein. Bäm. Ich hab ne Schrotzen. Uh. Ich wollte ihn auf den Kopf springen, ich wollte ihn zerschmännern. Was? Was drücke ich denn hier? Ok drum ist einer, von mir aus kann keiner da bleiben. Äh, weg hier. Wo, 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 war der auf einmal weg? Hä? Der war auf einmal unten? Wie ist das passiert? Ist er da durchgefallen, oder wat? Okay, jetzt ist er da. Da, 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 schnell Lebensenergie abziehen, äh, bleib stehen. Okay, danke schön. Ah, ich wollte gerade. Oh, da ist mir jetzt einer explodiert, oder? Ich hab's laut gepupst. Oh, meine Munition ist leer. Da, 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 da. Ich war doch nicht der beste, aber. Ui, ei, ei. Ich war doch nicht der beste Rapper zweimal im VP. Aua, aua. Ach, das tut weh. Ei, 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 ei. Na gut, okay. Ich will sagen, das war's für heute. Mit Schmerzen? Ja, okay. Ich weiß Bescheid, FF. Dann nennen Sie euch mal, äh, Dankeschön für Zuschauen. Ach, das ist auch schon mal ein bisschen besser wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr würdet mich freuen, mich freuen wir nochmal, dass ihr euch sehr besser habt. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.